Hallo, ich bin heute hier mit unserer Tiana. Das ist die Mama von unseren Y-Welpen. Sie ist ca. 6-7 Jahre alt und eine ganz tolle Hündin. Sehr liebe Mama, sehr freundlich, ganz sanftmütig. Sie ist ein ganz, ganz, ganz toller Hund. Und die Tiana kümmert sich ganz liebevoll um ihre Babys. Das zeigt schon ihren Charakter. Und ja, wir möchten sie heute mal kurz vorstellen und hoffen natürlich, dass sie auch ein schönes Zuhause finden kann. Sie ist also wirklich eine totale Zuckerschnute.